Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS-TV. Ich bin heute in Mönchengladbach bei der Firma Schrift&Licht Werbetechnik. Die Firma versieht heute mein Wohnmobil mit einer neuen Aufschrift, das neue Firmenlogo. Und was hier noch so angeboten wird, das fragen wir jetzt den Thomas Ober, der ist der Geschäftsführer der Firma Schrift&Licht Werbetechnik. Ja Thomas, erzähl uns doch bitte mal, was hier noch so angeboten wird. Ja, ich sage mal meinen Kunden, wir machen vom kleinsten Aufkleber angefangen bis zu größeren Beschriftungen und Lichtwerbeanlagen. Ziemlich alles, was so mit Außenwerbung im Außenbereich zu tun hat. Das heißt aber, ich kann auch mit meinem Wohnmobil zu dir kommen und du gestaltest mir das Wohnmobil individuell. Ich kann das Wohnmobil ganz individuell gestalten, zum Beispiel mit persönlichen Bildern, mit Fußballwappen, was immer man möchte, mit Streifen. All diese Dinge kann man auf jeden Fall bei uns bekommen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel selber keinen Entwurf habe, ich weiß also nicht genau, wie es nachher aussieht und kannst du mir dann da auch helfen? Auch da können wir helfen. Wir machen dann meistens mal ein Foto, besprechen das mit dem Kunden, was er denn haben möchte. Und auf diesem Foto von dem Wohnmobil können wir das dann fotorealistisch erstmal vorab gestalten. Der Kunde kann das vorab mal sehen, wie das Endprodukt nachher aussieht. Also auch das Foto von meinem Enkel oder beispielsweise von meinem Hund? Wenn wir ein gutes Foto bekommen, das heißt von der Digitalkamera abfotografiert, mit einer guten Auflösung, können wir auch das drucken und auf das Wohnmobil aufkleben. Ja, wie schon erwähnt, steht mein Wohnmobil hier bei der Firma Schrift- und Lichtwerbetechnik. Sieht man hier auch schon im Hintergrund. Wir nehmen euch jetzt mal mit aufs Firmengelände und zeigen euch mal, wie es hier so vonstatten geht. Kommt mal mit. 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 Ich bin jetzt hier wieder in meiner Werkstatt. Wie ihr seht ist die Beklebung des Wohnbilds ganz gut geworden, also mir gefällt es ganz gut. So könnte euer individueller Aufdruck auch aussehen. Ich hoffe mein Video hat euch wieder gefallen, bitte abonniert meinen Kanal und einen Daumen hoch. Euer Guido von GNS.TV Ich bin jetzt hier in der Videobeschreibung. 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 Ich bin jetzt hier in der Videobeschreibung.